Heyo Lenin! Na wie geht es euch? So, mein ganz anderer Blickwinkel, die ihr kennt. Ich gehe gerade zur Arbeit, habe aber neue Sachen gekriegt, zum Beispiel die Cam, die habe ich neu und meine Arbeitszeiten sind jetzt auch komplett anders geworden, ich habe nur 30 Stunden die Woche mit Arbeit, das heißt ergo 6 Stunden die Woche. Die ich auf jeden Fall arbeite, bloß 15 Minuten Pause und ergo kann ich jetzt auch 30 Stunden hier reinstecken, in dem Kanal, freut euch schon mal drauf und 30 Stunden auf der Arbeit sein, ist ja klar, irgendwo muss ich ja auch labeln, ist ja klar, ist ja klar, das kann ich euch nicht so präsentieren. Auf jeden Fall, ich habe eine neue Kamera, mit einer neuen Tasche, was ist so überhaupt passiert in den 3 Monaten, ich habe mir eine Arbeit gesucht, wurde da rausgeworfen, leider. Na ja, war ja nur ein Praktikant, das heißt ich kann jeder Zeit rausgeschmissen werden, leider. Äh, habe jetzt eine neue Arbeit, die rein über Computer geht, für mich schon mal gut, weil ich liebe Computers, das ist so meine Hauptarbeit, Microsoft. Vielleicht versteht ihr mich ja, ich liebe Windows sehr gerne, wenn nicht diese kleinen Kinderprobleme wären von euch, aber egal. Auf jeden Fall, äh, was wollte ich noch sagen, ich wollte, Ton ist noch, äh, Qualitätstechnik scheiße, ist noch klar, hab halt noch kein Ansteckmikro, hab noch nichts für die Kamera, die ist so gesehen neu, seit gestern. Dann habe ich mir einen Laptop endlich mal gegönnt, äh, das heißt, da kann ich dann auch meine Wiese drauf überschneiden. Es ist ein Touchscreen, ähm, Laptop, äh, Kamerawechsel, mein Arm ist schwer, äh, brauche ich noch für gleich. Ähm, auf jeden Fall, da habe ich auch die Qualität ein bisschen gesteigert, endlich mal in meinem Laptop. Äh, könnt ihr ja auch so immer so einen Kanal sehen. Eigentlich die letzten drei Monate, die, die nicht, oder die sich gefragt haben, wieso hier keine Videos bekommen, geht einfach auf so einen Kanal, damit es dir was abgegangen ist. Sonst kommen hier auf diesem Kanal immer noch weiter Videos, äh, halt die ganzen normalen Videos bekommen halt, wie man das halt kennt von mir. Vielleicht kommen auch mal andere Videos, wie zum Beispiel sowas, oder Daily Vlogs. Mal gucken, meine relative Art ist noch nicht ausgestorben, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich gehe jetzt mal arbeiten und danach werden wir uns noch mal wieder sehen und wir gehen dann zur Stadtmitte. Bis gleich. So, bin wieder da. Natürlich bin ich unterwegs zur Stadtmitte. Ich hole gerade noch das eine Kabel, was ich brauche für morgen das Lied. So, das kommt jetzt für mich, für euch, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Und, äh, vielleicht auch für morgen, keine Ahnung. Äh, und ja, ich gehe jetzt mal zur Stadtmitte. Danach werde ich auch nach Hause fahren, weil meine Bahn kommt 25. Ich mach mir mal wirklich jetzt Zeitdruck. Wir haben 32, 15, 32. Ich brauche locker noch 10 bis 20 Minuten, bis ich in der Stadtmitte bin, wo das Kabel mir geholt habe. Und dann muss ich noch zurückgehen zum Hauptbahnhof. Das sind auch nochmal 20 Minuten. Für mich ist ab jetzt sportlich. Aber für euch wird jetzt ein Kapselnsprung. Seid froh auf den Kapseln. Wir sehen uns gleich danach wieder. Wenn ich wieder reden kann und wenn ich keinen Zeitfrist habe. Bis gleich. So, bei dem Laden, da wo ich gerade war, gab es das Ansteckmikrofon leider nicht. Jetzt gehe ich in einen anderen Laden noch kurz und ganz schnell. Okay, hol mir das Ansteckmikro und danach geht es direkt weiter zum Hauptbahnhof. Mein Einerzug habe ich leider verpasst. Leider seht ihr nichts, aber es ist 16 und 22. Bis gleich. Ich habe jetzt die Kamera oder habe jetzt das Mikrofon, habe aber noch nicht, äh, wie soll ich das sagen, habe aber noch nicht alles, oder habe noch nicht eingestellt, habe noch nicht geschaut, ob es überhaupt funktioniert. Guten Tag, Freiheit. Und jetzt gehe ich zur Bahn. Das heißt, das Video ist auch hiermit zu Ende. Gebt einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Freut euch auf das nächste Video. Wieder. Tschüss Koblenz und Ciao.